hallo liebe leute und willkommen zurück zu minecraft so lasst uns weiter bauen hier mit der mauer weil ich da jetzt richtig lust drauf habe so mal schauen ist das durcheinander hier gut ich packe das mal dahin ist egal wo es ist und dann werde ich mal anfangen hier eine mauer zu ziehen ja muss ich hier anfangen ja genau ja doch das kann ich euch so an dem rand hier machen so ja doch diese ecken will ich auch haben ja doch brauche ich wohl auch dann für den für den na wie heißt das für diesen teil dings muss dann ja doch das sieht da drüben genau aus ja so machen wir das und dann schauen wir mal in weit wir kommen und wohin so war ja bis hierhin auf jeden fall das kommt mal weg hier ja und da fängt dieser tour dieser berg an ja okay dann muss aber das ja auch ja okay also ich will jetzt erst einfach mal einmal rum und dann schauen wir mal wieder weitermachen wir könnten aber hier hier das ein bisschen angleichen ich weiß noch nicht ob das so sinnvoll ist oder ist das gar nicht das ist ein gewässer okay ist das zusammen mit dem hier ja da muss ich mir noch was überlegen wie wir das machen ich mache mal auf der anderen seite weiter abgesehen davon wird es jetzt nacht wo habe ich denn das bett stehen müssen doch über hier sein ach da ja genau dann mache ich mal eben noch ein bisschen weiter ach nee darf ich nicht laufen dabei das habe ich übrigens nicht wegbekommen ich weiß ich weiß nicht wie das geht also anscheinend gar nicht das ist hier nur das lassen wir ach zu viel ach da mache ich einfach noch ja da muss noch er denn habe ich ihr jetzt da ja ein bisschen ja ich muss jetzt bitte ich sehe nichts mehr hier da so rein da und morgen werden wir da hinten weiter basteln da ich muss wieder ein bisschen erde weg machen ach so was stimmt ja auch das wieder nicht mehr so ach nee und erde muss auch hin so das hier oder ist die schaufel kaputt haben wir da was übrig nee haben wir nicht okay aber das passt hier so und essen sollte ich auch was das ist wieder alles verrutscht ja gut ich muss mich halt daran gewöhnen es sei denn ich finde doch noch eine möglichkeit wie das anders gemacht werden kann ja aber ach so ne momentan hier da wollte ich ja noch landwirtschaft betreiben dann hier dann nutze ich doch diese kante hier mal schauen ja doch das ja 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 doch da soll diese mauer hin ich ziehe jetzt einfach mal hier so hin so die überschüssigen wieder weg ja da kann man jetzt auf jeden fall mal was sehen ja ich habe mir halt noch keine Gedanken darüber gemacht wie das wie das gebäude aussehen soll also ja so ein bisschen schon aber aber noch nicht so richtig viel ich glaube ich mache das doch mal noch dahin so und das hier kommt weg so okay ja komm ey das ist doch riesig platz hier dann kann ich hier dann kann ich hier das da so quer rüber ziehen und da ist sowieso zu ende ja das ist doch ganz passend hier ja da kann man aber auch hier so lang ziehen nö nö das lassen wir so ja genau da kommt einfach noch ein bisschen Erde hin oh aber da geht's ja direkt an den See oh da kann ich auch da Erde hinpacken ja das lassen wir alles draußen ja genau okay so hier muss Erde hin und ich muss Erde ach so der See ist ja dann hier ja dann graben wir da ein bisschen Erde weg da darf noch ein bisschen mehr sein so da noch ein Stückchen ja das würde ich sagen genügt und dann müssen wir hier jetzt aber den See den nehmen wir einfach noch so komplett mit dazu ungefähr so ja das kann so bleiben ja das sieht gut aus und hier oh nein das war verkehrt da soll Erde hin und die Mauer drauf das machen wir einfach so da kommt noch ein bisschen Erde weg das ist sowieso zu hoch hier das sehe ich gerade das ist jetzt diese Höhe hier ja da will ich was abtragen hier unten ja ungefähr so aber ich will auch den Stein hier weg haben das will ich ersetzen durch Erde mach hier einfach mal so den auch schnell noch weg und der hier ja doch das kann so bleiben da kann der Gras wachsen dann pflanzen wir da ein bisschen was an ach so aber hier muss ja auch noch ja das ist die Frage was will ich jetzt hier machen jetzt bin ich hier auf jeden Fall einmal rum ja das sieht gut aus so obwohl wir hier eigentlich diese Ecke noch weg machen könnten ach das passt schon wir lassen die so was will ich jetzt hier machen was ist da oben eigentlich schauen wir doch mal nach was da oben ist wahrscheinlich nichts besonderes ich weiß nicht ich glaube ich mach da ich mach da eine Mauer drum rum und dann wird einfach da so das ist auch doof hier mit der Ecke ja gut das ist halt so eine Ecke da ach so und dann ist hier ja dann kommt hier die Mauer hin aber dann will ich auch gerne hier da hinten das weg machen so alles kann bleiben hier aber hier diese Sache dass wir da ein bisschen Platz haben zwischen dem Zaun dann und der Erde die da ist ach so das muss aber auch hier sein dann ja das kann so bleiben ach ne Moment mal das kann ja weg das ist ja Unsinn dann ja genau ja das sieht schon mal ganz gut aus dann werde ich jetzt haben wir das hier einmal rundum ja okay gut also mit dem Zaun oder wie heißt das mit dem Metallzaun ich habe da noch ein bisschen Zeit jetzt müssen wir hier ach so ich muss ja von hier unten anfangen auf der Ebene soll das sein ja den See hier den legen wir dann komplett frei ach so ich darf das ja nicht beim Laufen machen so ich brauche die Schaufel die setze ich jetzt mal dahin die Axt werden wir jetzt wohl eher nicht brauchen und ich muss mir mal eine Kiste dahin stellen ja dummerweise habe ich jetzt keine da haben wir da noch irgendwo Holz okay dann ne da bin ich ja oh ich glaube das da ist da ich glaube ich habe da was falsch geschrieben ne oder ach doch hier na das ist richtig da haben wir kein Holz drin da kann auf jeden Fall mal das da weg woher haben wir Erde noch ne Erde kriege ich ja sowieso gleich wir brauchen ähm Holz hier ach was wollte ich noch eine Kiste wollte ich daraus machen okay ja gut ja was da halt ein bisschen bis ich mich daran gewöhnt habe so dann kann ich mich zurück teleportieren dahin oh ich stehe genau auf der Mauer das ist ungünstig das werde ich ändern dann werden wir das ne dann werden wir das einfach so machen so jetzt sollte mich das nicht mehr stören gut haben wir das soweit achso ich wollte die Kiste hinstellen äh um da ein bisschen Zeug reinzupacken die Kiste stelle ich jetzt einfach mal wieder da hin ja aber was packe ich dazu rein die Erde einfach mal alles ja doch ich muss ja frei machen damit ich Sachen jetzt in den Tat bringen kann die Axt kann auch erstmal weg der Rest passt so okay gut ach jetzt ist schon wieder schon wieder fast Abend also nein das ist Abend aber fast Nacht naja ich kann ja schon mal ein bisschen anfangen da unten so ich darf es natürlich nicht allzu weit bringen ach dann habe ich eine bessere Idee dann werden wir das einfach so machen ich bin jetzt hier auf Ebene 87 okay oder nicht ich gehe jetzt erstmal ins Bett so dann machen wir morgen weiter ordentlich das ist ja das ist ja das ist ja und deine hier ich und die